20 Minuten hört zuerst mal nicht viel an, aber es ist ein mentaler Push für mich natürlich, nach so langer Zeit mit der Mannschaft wieder teilintegriert zu sein. Und das ist der größte Schritt Richtung Comeback und es war ein geiles Gefühl, um mit den Jungs wieder auf dem Platz zu stehen. Ich habe jetzt echt über die ganze Zeit auch wirklich extrem gut gearbeitet, extrem viel. Ich sage immer, ich war die letzten paar Monate wie im Trainingslager, so ein langes Trainingslager habe ich noch nie im Leben gehabt. Das heißt, ich bin eigentlich sehr gut vorbereitet, hat sich alles super angefühlt, auch von meinem Knie. Und da habe ich gar keine Bedenken oder irgendwie daran denken müssen. Also fühle mich da rundum wohl. Und jetzt geht es einfach wieder daran, hauptsächlich denke ich an das ganze Tempo zu gewöhnen. Aber ansonsten mache ich mir bei den Rest eigentlich gar keine Gedanken. Das sollte passen. Ja, jetzt heißt es natürlich das ganze Training immer peu a peu zu steigern. Ja, und dann denke ich, dass es alles auch relativ schnell gehen kann. Der erste große Schritt, wie gesagt, war so eine Teilintegration. Und jetzt steigern wir das Pensum natürlich individuell beim Training. Mehr und mehr Trainingseinheiten und längere Einheiten mit der Mannschaft bis hin zur Vollintegration. Das sind die nächsten Steps und ich freue mich drauf.